Die Flitterwochen. Das ist jetzt nicht wahr, New York? Unsere Flitterwochen. Frisch verliebte Paare. Und endlich... In den nächsten Tagen gibt es nur noch uns zwei. Traute Zweisamkeit. Amore mio! Weißt du, wie ist die Wetter in New York? No, 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 Papa. Ich bin freier Mann. Kann ich fahren, wann ich will. Stopp, Sie können hier nicht so einfach durchgehen. Die Jacke! Wieso? Wollen Sie bügeln? Sie könnten ja eine Bombe an Bord schmuggeln. Sie glauben, ich habe eine Bombe, ja. Sören Sie zusammen? Ist meine Zwiegersohn. Hatte gebaut die Bombe. Ganz große Klasse, Antonio. Herzlichen Dank. Nach Maria im Schmecksnicht kommt... ...Antonio im Schmecksnicht. Hekeljack ist die schwedische Variante der Familienkonferenz. Jeder darf sagen, was getan werden muss, damit er sich wohl fühlt. Ich möchte, dass mein Vater im Erdboden verschwindet. Ja, lass doch schon mal anfangen. Antonio, was möchtest du denn? Ich möchte das da. Ja, ja, fein. Ähm... Gut, dann sag ich jetzt, was ich möchte. Ich möchte, dass... ...Ihr beide... ...kann den Lohn in der Nähe... ...Wir machen jetzt Hekeljack! Weil das die Nerven beruhigt und alle entspannt! Antonio, ihm schmeckt's nicht. Super, Schatz, das klappt ja prima. In der Arena... ...gibt es keine Gesetze. Dein Bruder ist der ganze Stolz Roms. Wenn du ihn besiegst, besiegst du ein Imperium. Du hättest...